Kapitel 11 Lili fühlte sich zu der Zeit kein bisschen besser als Flosse. Der weiche dicke Arm, der sie gepackt hatte, zog sie immer tiefer in die dunkle Höhle. Lili zappelte und kniff und biss, aber das half alles leider überhaupt nichts. Um Lili herum war nichts als allerschwärzeste Dunkelheit. Plötzlich senkte sich dieser weiche Arm und ließ die Nächse los. Lili wäre natürlich am liebsten sofort davon geschwommen, aber wohin? Rechts nichts als Dunkelheit, links nichts als Dunkelheit, hinten, vorne, oben, unten, nicht der kleinste Lichtschimmer. Lili hatte nicht die geringste Ahnung, wo sich der Ausgang dieser Höhle befand. »Herzlich willkommen«, hörte sie plötzlich eine tiefe Stimme sagen. Zwei riesige Augen leuchteten aus der Finsternis auf Lili herab. »Tut mir leid, dass es so dunkel ist«, fuhr die Stimme fort. »Aber meine Leuchtfische sind furchtbar faul. »Aufwachen, ihr Schlafmützen, wir haben Besuch!« Nun begann es nach und nach, überall zu schimmern und zu glitzern. »Na endlich«, sagte der Bewohner der Höhle. »Das wurde aber auch Zeit.« Sein Anblick ließ Lili vor Schreck gelb werden. Vor der kleinen Nixe saß, gross wie ein Berg, ein feuerroter Krake. Seine Arme waren dicker als die dicksten Schiffsmasten. »Ich hoffe, du hast dich nicht allzu sehr erschrocken«, sagte er und stupste Lili freundlich mit einem seiner Arme. Der kleinen Nixe blieb fast das Herz stehen. »Ich konnte einfach nicht anders, als ich dich da draussen sah. Ich habe so selten Besuch.« »Der Riesenkrake«, sagte Lili leise, »es gibt ihn wirklich.« »Ach, du hast schon von mir gehört?«, fragte der Krake geschmeichelt. »Ach, allerdings«, murmelte Lili, sie wagte, das riesige Tier kaum anzusehen. »Friest du wirklich Nixenkinder?«, fragte sie mit zitternder Stimme. »Ich geh, nein«, rief der Krake empört. »Wie kommst du denn auf sowas?« »Haben meine Eltern mir erzählt«, sagte Lili. »So, ein Blödsinn.« Der Krake verknotete ärgerlich ein paar von seinen Armen. »Ich bin Vegetarier, nur zwischendurch esse ich mal ein paar Muscheln.« »Na, da bin ich aber beruhigt«, sagte Lili. »Ich dachte schon, jetzt werde ich auch noch gefressen.« »Wieso auch noch?«, fragte der Riesenkrake neugierig. »Wer ist denn sonst noch gefressen worden?« »Flosse«, früstete Lili, und die Tränen kullerten ihr wieder über die Backen. »Wer ist denn Flosse?«, fragte der Krake. »Mein aller, allerbester Freund«, schluchzte Lili, »und ich bin schuld.« »Er wollte ja nicht mehr kommen, aber ich habe ihn überredet, und nun hat ihn das Ungeheuer gefressen.« »Ein Ungeheuer? So, so, das musst du mir genauer erzählen.« Lili zögerte einen Moment, aber dann nickte sie und wischte sich die Tränen aus den Augen. »Ein riesiges Ungeheuer, fast so groß wie du«, sagte Lili. »Fast so groß wie ich?« Der Krake kratzte sich nachdenklich am Kopf. »Das höre ich aber gar nicht gerne. Erzähl weiter.« »Es hat riesige Glühaugen«, rief Lili. »Aus denen kommen lange Lichtstrahle, die hinter einem herkriechen. Es hat Zangen wie ein Krebs, nur viel, viel grösser. Mit denen hat er versucht, uns zu packen, und dann...« Die kleine Nixe schluchzte von neuem los. »Und dann hat es Flosse gefressen.« »Na, na«, der Riesenkrake wiegte Lili tröstend hin und her. »Das gefällt mir alles überhaupt nicht. Es macht mich sogar sehr wütend. Was bildet sich dieses Ungetüm ein? Direkt vor meiner Tür Nixlinge zu jagen. So eine Unverschämtheit. So was ist in all den Hunderten von Jahren, die ich hier wohne, noch nie vorgekommen.« »Was hältst du davon, wenn wir uns dieses Vieh mal ansehen?«, fragte er. »Ja, also...« Lili wusste nicht, was sie darauf antworten sollten. »Nixenkinder, besonders kleine, sind zwar wirklich ganz außergewöhnlich mutig, aber der heutige Tag war selbst für Lili ein bisschen zu viel gewesen.« »Du brauchst keine Angst zu haben«, beruhigte sie der Riesenkrake. »Mit diesem Ungeheuerchen werde ich schon fertig. Ich dachte nur, du wolltest vielleicht zuschauen, wie ich es beschimpfe.« Lili dachte an den armen Flosse und die furchtbaren Zangen. Dann nickte sie. »Ich komme mit.« »Na prima«, rief der Riesenkrake und warf Lili vor Freude wie einen Tischtennisball in die Höhe. »So einen Spaß hatte ich seit hunderten Jahren nicht mehr. Dieses Ungeheuer wird sein rotes Wunder mit mir erleben.« »Morgung!« »Doesn 근� Kund, bei der Riesenkrake und warf Lili kann ich mordet sein. »